Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es wieder um die Halogene, die Elemente der siebenten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Wir befassen uns im heutigen vierten Teil mit den chemischen Reaktionen. Alle Halogene sind starke Oxidationsmittel. Innerhalb der Hauptgruppe fällt die Oxidationsstärke von oben nach unten. Als Oxidationsmittel sind die Halogene zu Verdrängungsreaktionen befähigt. Fluor verdrängt Chlor aus seinen Salzen. Zum Beispiel F2 plus 2 NaCl reagieren zu Cl2 plus 2 NaF. Fluor reagiert mit Natriumchlorid zu Chlor und Natriumfluorid. Genauso verdrängt Fluor Brom aus seinen Salzen. F2 plus 2 NaBr reagieren zu Br2 plus 2 NaF. Fluor und Natriumbromid reagieren zu Brom und Natriumfluorid. Und auch Jod wird genauso aus seinen Salzen durch Fluor verdrängt. F2 plus 2 NaI reagieren zu I2 plus 2 NaI. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.